In diesem Video teste ich den Neo-Karamell-Nutz-Regel. Hier handelt es sich um einen Nuss-Regel, der mit einer zuckerfreien Vollmilchschokolade umhüllt wurde. Von der Optik her sieht er sehr simpel aus. Er duftet überraschenderweise mehr nach Kokos als nach Karamell. Der Riegel ist von der Konsistenz her etwas zäh und gleichzeitig sehr knackig durch die enthaltenen Haselnuss- und Mandelstückchen. Den typischen Karamellgeschmack konnte ich absolut gar nicht drauf schmecken. Es hatte eher etwas leicht Süßliches. Das Hauptaugenmerk wurde hier auf die Nusssorten gelegt. Es schmeckt mal mehr nach Haselnuss, dann mal mehr nach Kokosnuss. Mich hat das sehr stark an Nussecken erinnert. Die Konsistenz ist leicht zäh und super knackig. In Kombination mit der Schokolade hat man auf jeden Fall ein Süßigkeiten-Filling. Und was auch noch ziemlich gut ist, ist, dass es nicht zu süß ist. Dadurch kann man einiges davon essen, ohne dass es too much wird. Wer gerne Kokosnuss- und Haselnussgeschmack mag, dem könnte diese Riegel durchaus gefallen.